Ja, ich bin wieder da, Freunde, ich bin wieder da, ich bin zurück, Corona-Star. Ja, sei Dank, ne? Freuen Sie sich. Ja, logisch. Ich bin wieder da, ich steh vor dir, ich glaube fast, ich träume. Hallo. Hallo, Sie gucken so traurig, Sie denken wahrscheinlich auch an das ganze medizinische Personal, das jetzt wieder Überstunden machen muss, ne? Nein, ich denke an der FC, der ist wirklich traurig. Ja, kommen Sie alle rein, alle rein, komm, ihr kleinen süßen Räuber, ich bin auch schon da, wir haben gleich richtig Spaß zusammen. Ja, ich bin krankgeschritte. Alle rein, wie Sie denn krankgeschritte? Moment, Moment, wie krankgeschritte? Ich bin, äh, ich bin ein Corona-Virus. Hast Bärchen gehabt, ich hab dich schon mal gehabt, vor drei Jahren. Habst du mich schon mal gehabt? Ja, ja. Wie war es? Super, ich bin ein Arbeiterin, jange. Sieben Millionen Atemwegserkrankungen, jetzt aktuell. Okay. In Deutschland, glauben Sie, dass Köln das noch bis zum Sessionsende reißen kann, den Rekord? Bin ich überzeugt von, absolut. Auf Kölne! Auf Kölne! Wir schaffen das! Kölner Lauf! Ey! Corona-Sicherheit! Wünschen Sie sich auch die Zeit zurück, in der man an Karneval nur Geschlechtskrankheiten bekommen hat? Äh, nein. Sie haben damit gar nichts zu tun? Nein, nein. Eher Corona oder eher Geschlechtskrankheiten? Ach, das ist, ich mach mal so, mach mal so. Du bist der Virus, ne? Ich bin der Virus! Habe ich aber keine Angst, weil ich Kölsch trinke. Ja, das ist die richtige Einstellung. Geht das doch weg! Ist das so, wenn man Kölsch trinkt, geht das weg? Man muss lang sein, Corona weiter ist Kacke, aber ich hab mehr Angst, dass das Bier warm wird. Wenn du dich erst möchtest, darfst du das aus meinem Kölschglas trinken, ja? Ja, sehr gut, mach ich. Wir trinken alle aus dem gleichen Glas, Leute! Scheiß drauf hier, viere Karneval! Genau, richtig! Oh, 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 oh! Ohne dich komm ich ganz gut an Alle, die Eveken stehen auf zu mir Ohne die Bakterien bin ich hier Die stecke ich jetzt an! Ich steck sie jetzt an! Nö, ne, doch, sie steck ich an! Ich komm ihm ganz nah an! Nee, 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 nee! Bützchen, sie geben mir jetzt ein Bützchen! Sie geben mir jetzt sofort ein Bützchen! Ich bin wieder da. Naja, genau. Die Zuschauer haben mittlerweile fast alle versteckten Symbole hier bei uns im neuen Studio gefunden. Illuminati, Freimaurer, Staatsfunk ist alles dabei. Wann wollen wir denn die eigentlichen Strippenzieher bekannt geben? Was? Erst bei so vielen Abonnenten auf YouTube? Boah, also ich würde mich ranhalten.